Es ist mehr Schreck gebaut, ganz kapitulierend Ah, sieh da 211 waren Ungehebt Jetzt machen wir mal Druck, ob hier alles funktioniert hier heute Mal langsam alles Da seid ihr am trommeln Das war Traubausch Oh, das war ich Wenn ich an den Schränken stehe, aber ich habe besser dazu manipuliert, dass der Trommel Ja, richtig Was denn jetzt schon wieder, David? Oben auf dem Dach, warum? Oh, ein großer Tyranno guckt hier oben Über das Dach Alter, ist Feuer Gucke mal, da runter Ah, der große Beetanlage Ja, wird aber noch ein bisschen kleiner Alter Alter Schwede Und da drüben Und das Computer, wir haben Badass-Kopion, cool Ja, und guck mal hier Ja Wo ist hier? Wo bist du jetzt? Wo die Fackel ist Ja Wo die Fackel ist Hier hinten Ich dachte immer hier hinten Hier hinten Nein, nicht im Haus Vom Haus raus Und die tollen Sachen Und nicht nur sowas Und du nennen, komischen Wie heißt der? Dass du irgendwas anderes hast Ja, Dillo 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 ist toll, aber wow Du kannst hier noch die Dodos haben dazu Ja Ich glaub das sollte ausreichen Das ist ein großer Tyranno Ja, das ist ein Monster Ja Schon gelevelt um 40 Meter Und der ist mir nicht gestorben Ja So unser Kano heute Krissat? Nein Hast du ihn gekriegt oder nicht? Nein Ja Ja Ja, jetzt haben wir gesagt Irgendwie leck mich und ist abgehauen Ja Ich war frustriert Nee, kann ich verstehen Krissat ist auch noch da Krissat's Dino Ihr habt alle so tolle Dinos Hehehe Deswegen gehen wir jetzt so ein Quetzding sammeln Okay Und ich hab den, den du jetzt eben gesehen hast Den Flieger hab ich mit blauen Flügeln gesehen Blauen Flügeln? Weiß im Blau Ja, den hab ich auch schon gesehen Den hab ich auch schon gesehen, ja Das ist ja genau das gleiche Bloß dass er ein blaues Eis Und wir brauchen noch mehr Kristalle Aber wir haben glaub ich die Berge schon soweit einen Abschluss Gibt's ja auch ein Wasserkristalle oder so? Dass ich wüsste Ne, die Höhle, aber die Höhle sind halt mega fies Ja, in der Höhle, ja Lass uns jetzt zusammenarbeiten und in die Höhle gehen Ja, aber wir haben ja zwei Steine mehr bekommen Zwei Todessteine André hat seinen Weißen plattgemacht Ja Ja Die Geierliese ist kaputt Weil Dragas so eine blöde Brötmutter angegriffen hat Hat jetzt zwei Dino Leben gekostet Mit Dragas wieder, ne? Ja, jetzt wieder ich, ganz alleine Hat meiner jetzt auch so einen Teil an den Füßen? Warum nicht? Ich hab so ein Ding gar nicht gebaut Bloß gar kein Obsidian Ach Sinn Ich dachte für die Stange und eine Hand hat man das muss man alles bauen ob sie obsidian hat er glaube ich in die werkbank geschnitten ja 23 obsidian und 35 brauche bestimmt vier obsidian 8 zement 4 leder und 20 metall waren und metall geht es auch noch so 190 metall in der werkbank und 1 2 1 2 2 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 9 10 10 11 10 11 11 12 12 12 13 15 Ein Idiot hat die ganze Hütte vorgeschaut, irgendwelchen Tüschen und Bänken. Oh Mann ey. Oder rechts rausschmeißen die Kerl. Echt. Bei der Karte, das ist ja ganz cool. Okay. Oh, jetzt Lagerfläche. Hallo Dragas. Hallo. Ich habe 100 Pläne. Neu. So, wo ist der Boss? Wo ist der Boss, der uns den Einsatzplan erklären wollte? Wo ist er schon wieder? Boss, erklär uns den Plan. Boss, erklär uns den Plan. Boss, erklär uns den Plan. Boss. Okay. Der Plan ist, wir rennen in die Bank und ihr beide schreit, das ist ein Überfall. Abfall. Wir müssen aber erst die Polizei fragen, ob wir das dürfen. Ja, fühl dich. Wie sagst du, Polizei, ihr möchtet ein bisschen RP machen. Ich habe das zu jedem Messier. Es kommt krass in einen Schrank. Was? Warte. Warte. Ich bin ja gerade dabei, die Päne zu tun. Ich habe die damals. Ach, die erste da hinten. Oh, wo ist Tanja's schlechtere Hälfte? sucht sein bei der Klamotten ja es war so gut was der macht ja grundsätzlich woanders als haben wir jetzt einmal so die beiden Fessel ich kann es nicht ich kann wenn er eben die Fahne und dann macht das Ding da eben weiter als wenn ich dafür Punkte hätte warum nicht ich habe immer Reservepunkte ich habe nur vier Punkte ich habe muss erst wieder leveln ich weiß gar nicht wo das Ding ist ich muss das Ding erst mal suchen hier das ist das Video ne ja muss er auch erst mal gucken homing and wing 20 Metallbeam pfff ist alles da drin nicht sonst suche ich dir das mit Jahren vier Stück mein Kompi den nehm ich mit es ist meiner Moment ey lass mein Kompi in Ruhe lass mein Kompi ich war schon den ganzen Tag mit unterwegs echt? ich bin fast gestorben ja was den musst du doch nur auf der Schulter tragen ja aber das war die Stelle wo er mit dem wo er den Kano verloren hat ooooh ne das war wo du wo wir von dem Eisbücher geschossen worden beim Vogel da sehe ich ooooh wo in der Bergbank ist so ein Ring keine Ahnung was wir machen müssen für Tanja sich die nehmen ja oh ein Ring für Tanja aha ein Ring sie zu Knechten ein Ring sie schenden nein das geht anders ein Ring sie zu binden sie ein Ring sie zu Knechten sie alle zu binden ins Dunkle zu treiben und ewig zu binden nerd und dabei bin ich noch nicht mehr Held und sogar das war falsch das war doch richtig das war doch richtig oder nicht war das nicht so? nein nein ok also doch kein Herr der Ringe fern haha ne einfach nur ein schlechter Nö ey den kann ich das gar nicht ummachen du ich hab vielleicht original einmal Herr der Ringe geguckt ein mal wow was pro Woche ne nein ne in meinem gesamten Leben da hab ich öfters die Harry Potter Bücher gelesen und Filme geguckt als Herr der Ringe ehrlich ohne Scheiß das ist Harry Potter gucken schon nie den kann ich erst gar nicht ummachen ja 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 aber wie ist das bei dem ich will gar nicht funktion ich hab keine Ahnung wie das funktioniert wirst du denn es sind wie bei Hertha ja bei dem man das Inventar legen muss ich hab keine Ahnung ich pack ihn das rein aber eigentlich bin ich der Meinung ich müsste auch dann rein gehen ich kann das ja auch nicht benutzen oder so ne deswegen lass uns mal einen anderen ausführen lass uns mal ach so Boah Boah Jemand hat mal die überragende Latze geklaut André gib dir her André gib dir her André gib dir her ein bisschen Schrode ist immer da Boah ich hab's ja bei allen anderen boah Alter finde ich nicht in Ordnung dass ihr mich jetzt beklaut hier wenn die offene wird das finde ich nur nicht in Ordnung das finde ich nicht in Ordnung ne Boah Du hast einen Taschenlappen Ja ich will Taschenlappen Ich hätte hier einen Prime Alpha Gigantopetikus Level 224 das ist nicht was für Ordnung Jupp Willkommen gleich Prime Alpha Prime Alpha Pigantopetikus Gantopetikus Gorilla Gorilla Achso Du meinst du man kann die betäubenden Orangen sehen? Der leuchtet orange Die Alphas ja Die Alphas ja Ja du kannst denn nicht die normalen Viecher füttern nicht die Alphas die hauen nicht zu können Okay Na gut Äh für den Für das Viech gibt das ja auch gar keinen Sattel richtig? Nein der dringt die einfach so auf die Schultern durch die Gegend Ja Das wird doch auch so Ich kann doch nicht sein ich müsste es eigentlich mal ausprobieren Ja ich bin bereit mit meiner Flinze Ja wir können los so weit hell ist damit wir das Ja wird hell Warte damit wir um die Schrimpe stehen So Wir nehmen ja Flugvögel ne? Ja Müssen wir ja ne? Jeder Einen 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 Leuchten dann Einen 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 muss es auch jemand anders gewesen sein ich habe keine Lust gehabt ne ist auch in Ordnung, ist auch alles gut ne? na ja ist sie wieder äh da freut sich nicht so, äh wir haben doch inzwischen jeder zwei Fiecher, jeder ein Flugfiecher und jeder ein Bodenfiecher wie man sich selber kümmern kann du hast kein, hat Oli wieder kaputt gemacht ne? ne hab ich selbst gemacht naja ich bin halt ein Kollateralschaden von Tragasch-Aktion mit der Brutmutter Tragasch, ne? uh, Monster, Angräufe die Spinne selber war nicht das Problem oder die Brutmutter, sondern die Viecher die spawnen wieso? die spawnen dann nicht nur eine kleine Spinne, sondern vielleicht 20 oder 30 die sind mindestens auf Badass-Level aber was? habt ihr Narco? habt ihr Narco mit und alles? ich hab keine Waffe, ich hab nen Bogen äh ne Armbrust ist doch egal Narco? dann grabscht mich, ist mir egal, dann schieß ich ich kann nicht fliegen dann kannst du nicht fliegen nur drastisch was ist denn jetzt�? euih, derf könnt ihr denn auch schon einen Quetzersattel machen? aber noch keine Plattform, erst mit 80 ja Plattform können wir später machen aber der Sattel wäre ja schon mal vom Vorteil da kann nämlich einer der gekrafft worden ist mit dem schon zurückfliegen und alles da fehlt mir Leder 100 Zement, ne ist nicht haben wir nicht dann fehlt sich Zement Ah, der lässt sich da schnell herstellen und Siliziumperlen 85 wir haben nur für 21 okay, alles klar wir haben 296 und hier sind sie und nochmal 12 Zement ja, ich guck mal, wie mit Zement, was bauen wir Stetin und Stein, das haben doch auch alles und geht auch schnell guck mal, was fertig hier auch 29 Zement ja, wir brauchen aber mehr für den Quetzersatter ja, wir brauchen aber mehr für den Quetzersatter ja, wir brauchen insgesamt 110 war das, glaube ich, André ja, aber du hättest jetzt wieder für 100 Zement ja, am Morgen nein 100 nicht nicht 100 Zement ja, geht los, geht los es fehlt nur noch der Zement dann wenn wir den Sattel nehmen ja dauert ein bisschen, weil ich Steine in zwei Etappen überdrehen muss, da brauchen wir vier Steine über den Grab so die nur 20 Zement da brauchen wir doch noch ein bisschen mehr oder nicht gut 73 hab ich ja okay dann brauchen wir noch ein bisschen Spichitin drinne und dann sollte das auch schon reichen mal Alfa habt ihr unten aus dem Dings nochmal Narko extra mitgenommen? mach ich tja boah, 25 noch ich hab 580 Wir wissen ja, dass das immer so lange dauert Ich habe 77 und 2 Spezial Welche sind denn die Spezial? Selektive Narcotic von Anunaki Anunaki! Wir haben jetzt noch ein paar Schränke, da können wir nicht mehr reinknallen Sortieren, Baumaterial und so Ja, und für die Paste habe ich ja angesetzt Alles öfter mit, äh, für den Insekten Was ist die Paste? Ah, lecker Ich und Tomaten sogar Nein 8 Stück brauche ich noch Ja, wir müssen gleich fertig sein Musst mal gucken hier in den Stößel Ja, wir sind gleich fertig Und es gibt keine Pasta, es gibt heute Cordon Bleu Mensch Und nö, ich gebe Geschnetzeltes Bei mir gibt's Cordon Bleu Bei mir gibt's Cordon Bleu Bühne lecker Cordon Bleu Morgen gestern Morgen mache ich mir eine schöne Burruspizza Nö, Cordon Bleu mit Chilisauce Geil, ne? Ja, ihr müsst leider ohne mich weiter machen, ich muss auch gar essen Ganz immer, heute das Ding anfängt, geht da hin Ah, das ist den ganzen Tag Zeit zum Essen, jetzt brauchst du auch nicht mehr anfangen Nö, er hält uns die ganze Zeit hier bei der Stange Echt? Warum das denn? Warum nicht? Wir sind immer noch ein bisschen Ja, mach dir jetzt mal hin in hier, ich werde schon die ganze Zeit Wir wollten schon die ganze Zeit Pause machen, aber immer Trager schnell, weiter machen, weiter machen Und dann tötet ihr wieder extra ein Sino, wenn wir nicht weiter Ja, ich hab den Rapson, ne? Nein, hast du nicht Habe ich wohl Ich bin der nicht dumm Alter Wir hätten war der Alpha Dodo, ne? Ja, den mach ich jetzt besser Nö Geil, jetzt Hier Hier So Jetzt, jetzt fallen lassen, warte Sind wir jetzt alle zusammen, wie kann ich denn grapschen, kann ich noch jemanden grapschen? Krissort! Krissort! Oh mein Gott Ich fallen lassen Aber ich bin im Boden Nein, bist du gar nicht Wo sind denn die anderen beiden? Der Vogel war zu groß zum Schießen, ne? Wo sind denn jetzt die anderen beiden hin? Da Ich bin hier Argasch, der Vogel war zu groß, ne? Vielleicht geht das mit dem Gewehr besser Ich weiß es nicht, ich hab's nicht ausprobiert Hoffen wir mal Wollen wir los? Lass mich nochmal schnacken haben, bevor wir einen Cordon Bleu nehmen oder können wir los Hinten Wo sind die? Die sind meist da hinten Richtung Berg gewesen, hier links rum, ne? Das ist meistens da Aber da sind doch leider die Brotmütter, da müssen wir aufpassen, zwei oder drei Stück sind da Boah, Alter, ich schede Einfach Dodo Ich hab noch keine Ausdauer mit meinem Vogel Keine Ausdauer Ja, wie im wahren Leben Die im wahren Leben Kommt immer zu früh In der Arbeit Du doch nicht Weißt du doch nicht, ob ich früh von der Arbeit komm Weiß ich nicht Also unsere Handwerker hier machen wirklich 15 Uhr Feierabend Oder was? Alter, da hab ich noch ne Stunde vor mir Ja Wartet mal, ich muss mal zwischenlanden Ich habe noch nicht mal bisher einmal Shift gedrückt, ich fliege hier ganz normal. Ja, du hast ja auch einen Badass und der ist 165. Ist nicht mein Badass, ich habe ihn zwar getamed mit ihm. Ich habe ihn hinten reingesteckt und gesagt, es ist meins. Meiner ist kein Badass und ich habe noch keine hohe Ausdauer oder Geschwindigkeit. Ja, wir sind ja am Badass-Tame, aber es ist nicht so einfach. Ist doch alles gut, André, ich sag doch nichts. Die blöden Badass-Viecher kommen so selten runter. Ich bin nur gerade, ich bin immer noch sauer. Da ist eine Brutmutter, da ist eine Brutmutter. Ich schmeiße ihn vorne ab. Ja, ich rip die ganzen Anunnaki da. Boah, geil. Du bist eine Mimosa heute wieder, ne? Der Hunger, da ist das Problem. Aber wenn Sie wollen, bleiben Sie doch ein bisschen. Rauchen Sie oder keischen Sie in den Busch. Ah, er hat das mehr an. Dankeschön. Boah, Alter. Das ist ein Bies, ne? Achtung, Cresat, ich setz dich mal hier von oben ab. Aber wie gesagt, fliegt bloß nicht zu nah ran. Die Viecher sind echt... André, was fliegt da hinten? Bist du das, das Grüne? Der Grüne ist ein Drache. Da ist der Drache, Drache. 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 Ein grüner Drache. Der wäre natürlich cool so ein grüner Drache, ne? Ja, aber der holt das schnell aus der Luft. Ja, weil er betäubt ist. Ich weiß, warum ich so viel Ausdauer verbrauche. Cresat ist zu schwer. Alter, die hat den geronshottet. Das ist geil. Wow. Oh, das ist eine Brotmutter, ne? Das ist eine Brotmutter, ja. Alter. Können wir da eh nicht dran. Nee. Können wir nicht dran. Wo sind die ganzen Quests? Quetzels, Quetzels, Quetzels... Ich weiß gar nicht mal, wo ihr jetzt seid. Wir sind immer am Strand entlang. Okay. Also ich hänge hier oben auch irgendwie noch in der Luft, aber ich finde doch hier ist... Alter. Ich weiß noch nicht, wo der Drache ist, Alter. Ich weiß noch nicht, wo der Drache ist, Alter. Unglaubens! Da, oh, da ist er. Okay, ich sehe den. Ah, ihr seid also schon beim Drachen. Oh, der fliegt drüber. Das Problem ist, ich habe da keine Ausdauer mehr wieder. Alter, kann ich laufen? Ich bin schneller. Und wir haben den Drachen. Und die Brotmutter. Ja, lauf. Ja, lauf. Ich kann nichts dafür. Alter. Alter, ist doch schön. Ich habe schon wieder keine Ausdauer. Die haben keine Ausdauer. Die haben keine Ausdauer. Ich bin ja nicht weiter am Strand lang. So ist der Drachen nicht so. So ist der Drachen nicht so. Oh, da ist der Drachen, Alter. Da sind zwei. Kriss hat man bisher geflüchtet. Ich renne schon. Ich renne wieder zurück. Wird auf uns geschossen? Ja, fliegt einfach den Schrapp weiter längs. Musik? Ja, ich musste landen. Ach, ich bin unter der... Mami, Spinne da unten. Wie viele Brutmütter sind denn da unten? Da werden immer mehr abgefunden. Ich kann noch mal die Spawn-Raten anpassen, aber dann muss ich auch alle Dinos, die bisher auf der Map sind löschen, außer unsere, die gezähmt sind. Oh, da ist wieder so ein schöner, weißer, mit blauen Flügeln. Ja. Die sind vorhin andauernd nur abgehauen. Das ist sogar Badass, Alter. Ja. Ja, ja. Nur Frostbinger. Oh, cool. Ich hab ja schon gesagt, der ist supergeil. Und da unten ist... Ist das ein Badass Patchy? Ja. Nein. Macht das... Nein, das ist ein Baby. Rennen die noch mal Baby? Ja, Baby. Schießt mich tot. Also, ich bin jetzt über den Logos. Oh, Alter. Du brauchst nur den Chris halt wieder. Nö, ich renne zurück. Ich hab die Dinger hinter mir. Ich renne. Ja, ich hab nicht genug Austausch, um ihn die ganze Zeit mitzusteppen. Das klappt nicht. Man, klappt das nicht. Aber nicht... Habt ihr nicht Dings genommen? Carlos. Auch schon... Weil Olli glaub ich... Den hab ich. Olli herkommen. Wir wollen jetzt zählen. Der muss Trager stehen, ist unser Land oder schließen. Kann man den Vogel nicht auch kraschen? Welchen? Den normalen Vogel. Kann man mit meinen? Nee, deine waren gar nichts. Nur mit dem normalen Vogel glaub ich nicht. Da geht das nicht. Wo ist denn so einer? Hier ist gar keiner. Hier waren vorhin drei oder vier Stück. Nee, die fliegen immer über die Map rum. Die haben auch immer so ne... Ne? Seid ihr weiter geflogen? Ich bin jetzt... Ich flieg oben zur Bergspitze gerade. Oh, oh, André! Hm. Ich glaub das ist... Ist das ein Indominus Rex? Ich glaub das ist ein... Nein, ein Gigantosaurus. Ich dachte das wäre ein Indominus jetzt. Aber das ist nur ein Gigan... Giganoto. Haben wir auch noch nicht. Ne, den haben wir auch noch nicht. Aber mit dem kommen wir ja auch nicht an die Brutmüttern vorbei. Mit dem Killmen? Mit dem Fluss? Das glaub ich nicht. Doch, ob sie die Vögel früchte... Hat schon mal einer so einen Vogel wieder gesehen? Nein. Ich glaub in die andere Richtung wäre schneller gewesen als einer. Nein. Also sucht ihr immer noch einen? Ja. Ja. Ist keiner. So... Ne, vom Kraterberg waren eh ein Stück. Ja, hinten wo wir vorhin... Wo wir jetzt sind, waren vorhin auch als ich hier... Landglauben sind drei oder vier Stück. Ja, die fliegen aber nicht über die ganze Karte. Äh... Haben Sie auf...